Hallihallo, wir haben heute den 11. Dezember und wir öffnen heute Tür Nummer 11. Na dann wollen wir mal schauen was wir heute hinter Tür Nummer 11 haben. Ganz einfach, Wolle, Heu, Stroh. Ich habe keine Ahnung. Ah, da kommt eine Flasche zum Vorschein und das ist Rosenlimonade von Fentymans. Ich hoffe ich spreche es richtig aus, ansonsten verbessert mich bitte. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei. Ciao. Oh, my.